Basisarbeit ist das die nächste mission denke ich mal mal gehen wir mal rein nee wir sind zu dritt wir sind zu dritt das geht nicht immer ausgehen wir müssen ja fünf sein ja wir sind das sind bis vier spieler ja alles gut ich habe ich gerade gesehen ja schade was anderes machen was größeres ja bitte sagt deine freunde brauchen sie nicht mehr einladen da ist das ist für einen spieler zu wenig wir sind insgesamt fünf das ist für vier spieler fünf wir sind zu fünft die wollen wir sagen wir markus nicht dein freund du yvonne das sind fünf das sind ja schuldigung das war so eine einladung gerade ist das genau vor meiner lade aber das war übrigens genau für die waffe die rache so dankeschön wegen dir wurde mein persönliches fahrzeug geschlagen haben ja du bist auch von den kopf erschossen worden wir sowieso erschossen worden ja ja ich bin jetzt ohne den freund ach so ok ok die mission steht auf normal und nicht auf schwer ich kenne das gefühl ich muss mich auch erstmal rein fuchsen meine mission dafür gibt sich zu rogers schrott platz ja erst wenn ich das auf der anderen seite der ist ganz hinter der stadt eigentlich drin er bin ich habe auch noch ein auto hier zur not also fast irgendwie ich glaube du hast ein auto guck mal Juli, das hat ein alter Freund mit dem Müllwagen diese scheiß Laterne der Kev geht mit seiner Laterne und seine Laterne mit ihm was ja da oben leugten die Sterne, das hat er gerade irgendwie Alter, irgendwie ist das Spiel heute verbuggt im Kotzen ist das ja, das geht aber eh nicht, du bleibst nämlich nicht in Deckung ey, wieso geht das nicht, ich stell mich in Deckung und der steht gleich wieder auf ja, ja, das hab ich aber eben bei der Mission auch schon gehabt er ist immer noch Markus hat's wie ist Platz genug ach was, alles gut ey ich möchte gern, dass die Mission gescheitert wird ja, richtig, das ist so mein Part Alter, die Mission ist ja uralt das ist uralt das ist uralt ja, das ist halt eine der ersten Mission überhaupt ja, ja für uns sollst du nicht die 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 außer ich würde meinen grasen hatten tat aber das war hat und ich habe einen tat erwerben alles hatten wir aber das war mir noch nicht alles mit der moralen haben auf vorhin gemacht auf auf die kamera bitte von der person kamera aus bitte ich kann mit der art ich kann auch nicht schießen mit der person ist hinter der bedingste und nicht alles gut ja der person ist okay also keine kannst du lassen ja genau doch wir sind alle breit na ja stimmt der person war normale normale sicht ja okay schalter die ziele aus ich hätte kommt dafür warte mal das sagt sie zu ihm auch immer du sollst da nicht gerade da rein du kannst kann hittig rufen wir haben ja mehr zum glück keinen zeit damit ja ja da ist das auto das ich brauche ja 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 Die Berke runter! 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 Oh, ey! Oh, älter! Die KI in diesem Spiel ist... Ja, gerade heute ist ja extrem! Du hast grün und die krachen mit Vollgas von der Seite in die Karre! Oh, ey, meine Fresse! Die kriegen aber hin! Das sind zwei Ziele, ich denke, um 6,5 Minuten noch! Tja, wie du bist... Hier ist einer oben, den kriege ich nicht! Ich bin gerade auf einem Gehtchen! Da kommt einer, den kann ich... ...erledigen! Ich will nicht sagen, aber das zackert knapp nach der Heli hier bei mir. So. Einen habe ich erledigt. Soll ich den kriegen, jetzt ein scheiß Dreckshelie? Warte, mach ich. Mach ich. Wo ist der Heli? Ach da. 10. 10. Oh. Hörst du der da? Ja, danke. Habe ich dir nur einen Leckraketenwerfer verholt, da kann ich ihn auch rausschalten. Ich habe gerade Babymambles in die Brust. Du machst ja öfters mal. Ist Wasser. Ja. Ich mache schon. Ich bin schon auf dem Weg in die Hügel. Wie du möchtest. Ich tobe mich auch gerne mit Zeit lassen. aus. Also wie du das. Oder Yvonne? Der muss irgendwo oben halb sein. Ja, der ist oben. Ja, der ist oben. Ja, der muss aber oben irgendwo stehen. Da am Aufzug stehen irgendwo. Warte mal gerade kurz. Ich... Jetzt ist bei uns hier oben. oben in der Baustelle ist der. Der ist irgendwo oben in der Baustelle drin. Ja, ich wollte halt Media gerade anfordern und der ist halt nicht... nicht gekommen. Aber eigentlich muss er den hier. Ja. Hast du was Kev, womit du deinen erwischen kannst? Ich guck gerade, habe ich hier irgendwie, ne? Hier ist der Aufzug da von der Baustelle. Ne, ist auch nicht. Ah, leck mich doch am Arsch. Und da kannst du gar nicht nutzen, ne? Ne. Ne, ich habe keine, du kannst keine Handy anfordern. Ich wollte ja ein Buzzerland fordern. Nein, keiner von uns benutzt das Kinder-Noob-Bike. Ich versuche gerade eine höhere Position zu kriegen. Ach du leck mich doch. Nein, ich lecke dich nicht. Doch. Bitte. Was auf, es scheitert das an der Scheiß an dem, an dem Ding da, das war dann die Zeit nicht. Ja. Wo ist der denn? Der muss vermutlich ganz oben. Ja. Ja, oben auf dem Dach, aber ich vermute, weißt du, man kommt halt nicht irgendwie hoch. Das war der Plan. Ja, wenn nicht, aber wir müssen ja auch erstmal sehen können, um mit dem Strafschützen wieder schießen zu können. Bist du schon ganz oben? Okay, danke. Oh nein. Wir haben noch 50 Sekunden. Gehen schon da oben. Tschüss. Ah, ein Saft. Was ist denn? Ach, Mann. Ja, du kommst gar nicht, du kommst gar nicht hoch, der, ach, der Kran. Ach Gott, der andere. Ja. Ja, wir haben aber noch 5 Sekunden. Das hat einfach viel zu lange gedauert. Da hat man vorher drauf kommen können, das Team ist auch die Dings. Prost. Wir sind da mit dem Heli jetzt unterwegs gewesen. Du hast ihn hergeholt. Von der Packers und der Papier? Ja. Ja. Da war ein Helikopter-Symbol, da bin ich hingefahren, habe ich mir in die Kopf genommen. Ja, ja, klar. Ich wollte halt einen Anruf mit dem... Ja, da müssen wir jetzt trennen, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir direkt zu dem... Zu der Baustelle. Ja, da muss einer direkt vom Heli zu der Baustelle. Ja. Fährst du, fliegst du dann direkt hin, holst du den Typen hoch auf dem Dach? Ja. So, auf ein neues... Ja. Sweet! schon mal ganz rechts oben den einzelnen so geht die karte der weg das sind meine markierung jetzt weg jetzt ich halte rechts hoch zu dem einzelnen wird wenn die scheiß k.i. mal sagen würde ich bleib mal auf meiner spur und wenn ich regelmäßig in die karre setzen würde ich finde es sind mehrere ja aber das sind bodyguards ganz easy ja das muss ich jetzt mal gut ich da halbwegs vernünftig hochkomme alter jetzt meine fresse hast du schon die suchen raketen kriegen trotzdem daneben ja ja schnappt ihr euch die restlichen zwei schon krieg und tschüss also mir schön in die flinte gerannt ich habe jemand an der baustelle ich bin gerade hoch hat er schon den heli auf und an dem dach der polizei das war die baustelle markus ja okay als wir durch die ich hasse dass wir die k.i. dann einfach so ungebremst in die karre kalt jetzt gerade ja wir haben jetzt zumindest die baustelle weg und wir haben den typen auf dem dach weg ja der hielder Ich habe dir fast gescheuert Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Heel down. Das war's. Hat dann funktioniert irgendwann. Das hat sich was halt eben Zeit gekostet, der war der Typ bei der Baustelle. Eigentlich wir beide, wir haben beide mit 5 Kills. So. Ich hab mich jetzt eingesperrt auf der Baustelle.